Freiheit ist eine Illusion für die Leute, die versuchen wollen, sich glücklicher zu fühlen. Freiheit bedeutet für mich, meine Träume verwirklichen zu können. Freiheit bedeutet für mich, so zu sein, wie ich bin. Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Freiheit bedeutet für mich, ohne Angst zu bespannen, wie man in meinem Freitag darf oder das Recht an sich. Freiheit ist die Möglichkeit, zu tun, was man will, ohne dabei andere in ihrer Freiheit einzubringen. Aber muss man deshalb auch die Verantwortung dafür tragen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017